Für die aktuelle Ausgabe des Union Magazin begrüße ich ganz herzlich den Generalsekretär der CDU Deutschlands, Hermann Gröhe. Herr Gröhe, wie schwierig ist es in diesen Tagen aktuell gute Politik zu machen? Politik steht vor gewaltigen Herausforderungen in diesem Land. Aber sie macht auch Spaß und wir haben dieses Land nach vorne gebracht. Denn Deutschland steht heute gut da, die Wirtschaft brummt, Rekordbeschäftigung. Also wir haben doch auch das Selbstbewusstsein zu sagen, das was da vor uns steht. Ob Euro-Stabilität und Verschuldenskrise in einzelnen Euro-Staaten, ob Entwicklungen in Nordafrika, ob Energiewende. Wer, wenn nicht dieses großartige Land mit seinen Chancen, mit den Menschen, mit den wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten schafft das. Und deswegen, ja, eine Zeit großer Herausforderung, aber auch eine Zeit wie geschaffen für die CDU. Welche Themen stehen für Sie im Moment ganz oben auf der Agenda bei der CDU? Also die Stabilität des Euros, das wird uns die nächsten Monate, wenn nicht Jahre, noch in besonderer Weise fordern. Die Energiewende will ins Werk gesetzt werden, vom Netzausbau bis zu manchem Kraftwerk, das wir neu brauchen. Aber wir wollen auch als CDU weitere Themen setzen. Wir haben uns im letzten Jahr bereits entschieden, den Parteitag dieses Jahres unter die Überschrift Bildungspolitik zu setzen. Wir treffen uns in Leipzig, der Stadt des Buches. Und wir können in der Bildungspolitik deutlich machen, was leitet uns? Leistungsorientierung, differenzierte Bildung statt Einheitsschule. Und gleichzeitig, wie wollen wir das zukunftsfest machen, wenn denn immer weniger Kinder in vielen Teilen der Republik, gerade im ländlichen Raum, auch dafür sorgen werden, dass es schwieriger wird, ortsnah ein Schulangebot vorzuhalten. Welche Erfolge für Deutschland kann sich die CDU auf die Fahne schreiben? Brummende Wirtschaft, Rekordbeschäftigung. Als bürgerliche Politik sagen wir nicht, das sind nur wir gewesen. Das sind die fleißigen Menschen in diesem Land, Unternehmer und Arbeitnehmer, aber eben auch. Und ganz wichtig, wichtige politische Weichenstellungen, Hilfen für den Mittelstand, Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger, Kurzarbeit. Viele Hilfen in schwieriger Zeit. Insofern können wir selbstbewusst sagen, CDU-Politik hat diesem Land gut getan. Wie Ihre Politik bei den Menschen ankommt, werden wir im September sehen. Es stehen wieder Landtagswahlen an in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin. Warum sollten die Menschen die CDU wählen? Lorenz Cavier leistet eine tolle Arbeit als Innenminister in Mecklenburg-Vorpommern. Und das Thema innere Sicherheit, auch der Kampf gegen politischen Extremismus sind seine Themen, aber eben auch ganz stark die wirtschaftliche Entwicklung dieses Landes. Und die CDU arbeitet erfolgreich in der Landesregierung mit. Noch mehr CDU und Lorenz Cavier an der Spitze. Das wäre gut für dieses schöne Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Und in Berlin geht es darum, dass dieser verbrauchte Bürgermeister Wovereit endlich durch einen aktiven Neustart in der Großstadtpolitik abgelöst wird. Frank Henkel hat in eindrucksvoller Weise mit den Bürgerinnen und Bürgern im Gespräch das Wahlprogramm erarbeitet, hat angeknüpft an den Sorgen der Berliner von der S-Bahn und der inneren Sicherheit in der U-Bahn bis zu Fragen der Integrationspolitik. Er hat einen überzeugenden Blick für diese Stadt, die er liebt und gleichzeitig an deren Defiziten er arbeiten will. Und deswegen arbeiten wir gerne und entschieden an seiner Seite. Heimatliebe, das spürt man bei unseren Kandidaten, auch in Niedersachsen. Da gibt es Kommunalwahlen und die CDU lebt aus dieser Verbundenheit zu den Menschen. Und deswegen drücken wir auch den Freunden in Niedersachsen den Daumen und sind auch damit unterwegs. Vielen herzlichen Dank.